Mann, also heute ist ja nur wieder Scheiße in der Glotze. Da läuft ja gar nichts. Ach, vergiss es. Schalt ein und lass dich berieseln von einem Programm, wie du es so noch nie gesehen hast. Wir besuchen für euch die angesagtesten Festivals der Metal- und Alternative-Szene. Dieses Jahr mit dabei. Vom 9.7. bis 11.7. das Rock'n'Open' Air in Ballenstedt. Vom 30.7. bis 1.8. das Rock'n'Open' Air in Wacken. Und wenn du jetzt denkst, das war's falsch gedacht. Denn wir machen Weiner. Vom 12.8. bis 15.8. besuchen wir für euch das Salamis' Open' Air in Dinkelspiel. Und wie im letzten Jahr. Das ist schon im Geschäft 2015. Take it to be announced. Ist das krass oder was? Mindestens ein Vlog vom Festival und ein Bericht, den kennt und lebt. Der absolute Wahnsinn. Nein, kein Wahnsinn, sondern der Ork-Aft-On-Air-Event. Die Sendung im Netz hier aus Männern. Echte Kerle-Mart. Yeah. Du isst Müsli zum Frühstück. Backnägel rein. Du magst Soft-Tricks am Abend. Ab jetzt gibt es Bier. Du benutzt Spämme zum Duschen. Du weißt, was jetzt kommt. Scheiß auf's Mümmel, die war ein Gläser. Ab jetzt treibst du dich so lange mit deinen Muskeln, bist du trocken. Und... Lass auf ihn! Oder du guckst uns zweimal an und wirst so derbe hart, dass der Schmuss vor dir kriegt. Nein, bitte nicht. Freu dich auf Special Guests. Wie Walter, das fette Einhorn-Schwein oder die Metal-Banana. Banana-Ban-Sorry-Sockers und Geschwurm und Geschämmer. Du suchst eine Sendung für echte Kerle. Bitte schön, lassen Sie. Und jetzt sag Danke. Der Wortlaufe der Menschen. Eine Sendung für Männer. Und solche, die es werden wollen. Naja, und äh... Was ist mit Frauen? Ähm... Die natürlich auch! Und Kinder? Was ist mit den Kindern? Ja, es reicht's, aber die können's natürlich auch gucken! Der Orklaufe der Air-Event-Check! Eine Sendung für alle! Außer Weicheier! Was ist das denn? Hallo? Ein Papier. Hier. Unterschwein. Öffne mich. Metal-Parts! Was? The Human has been neutralized. So, Leute. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir noch ein paar Grüße unten in den Kommentaren. Würde ich mich riesig drüber freuen. Unter allen, die kommentieren, verlor ich diese unglaubliche Orklaufe von Air-Paketbox. Noch ist die Box wertlos. Wer weiß, vielleicht in einem Jahr zahlen wir da Millionen für. Ich weiß. Ansonsten wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.